Hallo Freunde! In diesem Video bieten wir alle Informationen über die Verstopfung. Der Zeitraum zwischen zwei Stuhlgängen kann von Person zu Person variieren. Als normal gilt, wenn man drei bis viermal Stuhlgang pro Woche hat. Der Arzt spricht von Verstopfung, wenn jemand seltener als dreimal pro Woche Stuhlgang hat oder bei einem Drittel der Stuhlentleerungen pressen muss. Ursachen Die häufigste Ursache für eine Verstopfung ist Bewegungsmangel sowie eine ballaststoffarme Ernährung. Verarbeitete Nahrungsmittel haben einen hohen Gehalt an Fett und Zucker, die den Verdauungsprozess verlangsamen können. Dadurch wird zu viel Flüssigkeit aus dem Stuhl absorbiert und eine Verstopfung entsteht. Geringe Flüssigkeitszufuhr Wenn nicht ausreichend stilles Wasser getrunken wird, versucht der Körper, die erforderliche Flüssigkeitsmangel im Blut aufrecht zu erhalten, indem er das benötigte Wasser aus dem Stuhl entfernt. Bewegungsarme Lebensstil Schwangerschaft Besonders im letzten Drittel der Schwangerschaft kommt es häufig zur Verstopfung. Einerseits wird der Darm durch den Einfluss steigende Hormonspiegel immer träger, andererseits wird sein Spielraum durch den heranreifenden Embryon und die sich vergrößernde Gebärmutter zunehmend enger. Reizdarm-Syndrom Ein Reizdarm ist eine der häufigsten Ursachen für eine chronische Verstopfung. Durch Krämpfe im Darm verlangsamt sich die Darmbewegung und kann dadurch zur Verstopfung führen. Verstopfung kann auch als Symptom einer anderen Erkrankung. B. Parkinson Multiple Sklerose Diabetes oder Schildriesen unter Funktion auftreten Hypothyreose Viele Abläufe im Körper, so auch die Darmtätigkeit, arbeiten bei Schildriesenhormonmangel im Schneckentempo, da die Nervenfasern extrem langsam schalten. Auch Medikamente gehören bei Verstopfung zu den häufigen Ursachen. Zum Beispiel, Eisenpräparate, entwässernde Mittel, Schmerzmittel, Antihistaminika gegen Allergien, Hustenmittel, Antidepressiva, häufiger Gebrauch von Abführmitteln, Blutbedrocksenker. Oftmals wird der Stuhldrang unterdrückt, da man beispielsweise öffentliche Toiletten nicht benutzen möchte oder weil der Zeitpunkt gerade ungünstig erscheint. Unterdrückt man wiederholt den Stuhlgang, kann das zu einer Unempfindlichkeit des Darmes führen. Mit der Zeit merkt man den Stuhldrang nicht mehr und eine chronische Verstopfung ist die Folge. Stress Die Psyche kann bei Verstopfung auch eine Rolle spielen. Ein Faktor hierbei kann Stress und Anspannung sein. Symptome Klumpiger, harter Stuhlgang oder über einen längeren Zeitraum überhaupt kein Stuhlgang sind die typischen Anzeichen einer Verstopfung. Weitere Symptome, die für eine Obstipation charakteristisch sind, seltener als dreimal Stuhlgang pro Woche, starkes Pressen notwendig, um den Darm zu entleeren, Gefühl einer unvollständigen Darmentleerung und geringe Stuhlmangel. Behandlung Die Ernährungsempfehlungen bei Verstopfung basieren auf einer phasereichen Kost. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung F empfiehlt eine Ballaststoffaufnahme von 30 Gramm pro Tag, zum Beispiel durch Vollkornprodukte, Obst und Gemüse. Ballaststoffe binden Wasser im Verdauungstrakt und sorgen so für eine Erhöhung des Stuhlvolumens. Auf die Darmwände wird dadurch Druck ausgeübt und der Stuhlgang wird angeregt. Ballaststoffhaltige Zubereitungen in Form spezieller Füll- und Quellmittel, zum Beispiel Lein- oder Plantagesamen, können den Fasenteil im Essen steigern. Achten Sie darauf, ausreichend zu trinken. Ernährungswissenschaftler empfehlen, pro Tag etwa 1,5 bis 2 Liter zu trinken. Bewegen Sie sich regelmäßig, Sport oder auch nur ein Spaziergang bringen den Darm auf Trab, und sagen der Darmträgheit den Kampf an. Vermeiden Sie es, den Stuhldrang regelmäßig über einen längeren Zeitraum zu unterdrücken. Die Medikamente beinhalten unter anderem verschiedene Abführmittel, die Sie unbedingt nach ärztlicher Anweisung einnehmen sollten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte like. Abonnieren Sie unseren Kanal. Danke. Danke.